Musik Willkommen im Beginenhof in Kalka, mein Name ist Peter Kersen, seit einem Jahr der neue Pächter. Wir machen Essen auf Rädern, das ist unser Kerngeschäft. Zudem sind wir sehr begeistert von unserer Qualität und machen deshalb mit dem Essen ein Tagesgericht für Essen auf Rädern, auch für Mittagstisch. Das kommt sehr, sehr gut an. Zudem nutzen wir unsere Räumlichkeiten, sehr schöne Räumlichkeiten, werden Sie gleich noch sehen, für Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen, Geburtstage, vielleicht auch Hochzeiten. Und zukünftig können Sie sich auf etwas ganz Besonderes freuen. Wir werden von Freitag bis Sonntag ein Steakhaus eröffnen. Ich bin ausgebildet in Schloss Anhold, drei Jahre. Danach war ich bei Dieter Kaufmann mit zwei Michelin-Sternen, habe in der Schweiz, in Florida gearbeitet. Ich mache mich jetzt hier selbstständig mit meinem Bombenteam, sehr junges, engagiertes Team. Bei Kalka Genießen werden wir auch drei Gerichte präsentieren. In der Vorspeise gibt es Garnelenpralinen gebacken, einen kleinen Beilagensalat wird es dazu geben und Mango-Vinaigrette. Im Hauptgang werden wir Kalbstafelspitz-Souvid garen, das heißt sechs Stunden lang im Vakuum, auf einer ganz niedrigen und schönen Temperatur. Dazu wird das live trankiert, bei ihm vom Gast und dann mit Kalbsjü ein bisschen übergossen auf ein schönes Kräuter-Baguette. Und im Dessert gibt es ein kleiner Becher mit verschiedenen Mousse-Sorten-Geschichten. Wir freuen uns auf euch, Kalka genießen, kommt vorbei, wir werden es rocken. Hey! Hey!